Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Zucchini-Brot. Zucchini-Brot ist die süße Art und Weise, die im Juli gehäuft reif werdende Zucchini zu verarbeiten. Das Rezept stammt aus Amerika, weswegen alle Zutaten in Volumenmaßen vorliegen. Die Zutaten lassen sich so ohne Waage schnell zusammenmischen. Für 1 Kuchen werden folgende Zutaten benötigt. 750 ml 3 Tassen Mehl Type 550 1 Teelöffel Salz 1 Teelöffel Natron 1 Teelöffel Backpulver 3 Teelöffel Zimt 3 Eier Tasse ML Öl 500 ml 2 Tassen Zucker 3 Teelöffel Vanilleextrakt 500 ml 2 Tassen geriebene Zucchini 250 ml 1 Tasse gehackte Walnüsse Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel, Küchenreibe, Backform, 1 Esslöffel, 1 Teelöffel Zubereitung Das Mehl sieben und mit Salz, Backpulver, Soda und Zimt in einer Schüssel vermischen. Die Nüsse hacken und die Zucchini reiben und danach nicht auspressen. Eier, Öl, Vanille und Zucker verrühren. Die Mehlmischung dazugeben und kräftig weiterrühren bis eine homogene Masse entstanden ist. Geriebene Zucchini und die gehackten Nüsse dazugeben und vermischen. Die Masse maximal 2-3 hoch in eine Backform geben und im vorgeheizten Backofen bei 165 Grad Celsius für 40 bis 60 Minuten backen. 20 Minuten abkühlen lassen, dann aus der Form nehmen und vollständig erkalten lassen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!